ich bin dabei eine einzige minute reichte aus um bruce willis von ein unerwartetes comeback bruce willis meldet sich zurück die filmwelt war in aufruhr als bruce willis der hollywood star der in den letzten jahren aufgrund gesundheitlicher probleme aus dem rampenlicht verschwunden war kürzlich ein aufsehenerregendes comeback feierte in einem überraschenden video das plötzlich in den sozialen medien auftauchte kündigte der schauspieler seine rückkehr an und setzte damit positive zeichen für seine treuen fans und die gesamte filmindustrie willis der in den letzten jahren immer wieder mit der diagnose einer generativen sprachstörung konfrontiert wurde ist für zahlreiche kultfilme bekannt sein auftritt in dem video war ein emotionaler moment der bei vielen zuschauern für gänsehaut sorgte viele fans und branchenkollegen zeigten sich überglücklich über die nachricht und sprachen der legende ihre unterstützung aus in dem video das sich schnell verbreitete bestätigte er dass er bereit sei in neuen projekten mitzuwirken und dass er sich sehr auf diese neue herausforderung freue ein insider berichtete dass willis bereits an mehreren projekten gearbeitet habe bevor er aufgrund seiner erkrankung pausieren musste es wird spekuliert dass er sich auf eine kleine rolle in einem thriller konzentrieren könnte der für die nächste saison geplant ist dies wäre ein bemerkenswerter schritt für den schauspieler und könnte dazu beitragen das bewusstsein für die herausforderungen zu schärfen mit denen sich betroffene von sprachstörungen im alltag auseinandersetzen müssen die reaktionen auf willis ankündigung waren überwältigend viele seiner kollegen darunter regisseure und schauspieler äußerten ihr erstaunen über diese plötzliche wende ein bekannter regisseur der mit willis zusammengearbeitet hat erklärte dass es inspirierend sei wie der schauspieler trotz aller herausforderungen weitermache und sich nicht von seiner krankheit unterkriegen lasse ein weiterer schauspiel kollege betonte dass willis entschlossenheit wieder aufzutreten eine quelle der inspiration für viele sei die frage ob willis in der lage sein würde sich erfolgreich auf einem set zu bewegen wurde von vielen aufgeworfen dennoch glauben experten dass sein charisma und seine erfahrung es ihm ermöglichen werden seine rollen weiterhin überzeugen zu spielen es gibt hoffnung dass willis bekannt für seine starke präsenz auf dem bildschirm auch in künftigen produktionen eine bedeutende rolle spielen könnte darüber hinaus zeigt seine entscheidung zurückzukehren ein wichtiges zeichen für alle künstler die in ähnlichen situationen stecken sie ermutigt sie nicht aufzugeben und ihre leidenschaft für die kunst zu verfolgen egal welche herausforderungen das leben bereithält in einer welt die oft von skepsis geprägt ist könnte willis rückkehr eine welle der ermutigung auslösen die medien berichteten auch über die vorbereitungen die willis für sein comeback trifft angeblich habe der schauspieler sich in den letzten monaten intensiv auf seine rollen vorbereitet und sei dabei sein leben neu zu ordnen für manche mag dies ein wagnis sein doch willis scheint überzeugt von seinem entschluss ein enger freund des schauspielers teilte mit dass bruce motivierter denn je sei und die fans eine großartige rückkehr erwarten dürfen die produzenten die an projekten mit willis beteiligt sind äußerten sich ebenfalls zuversichtlich sie betonten dass die rückkehr eines so ikonischen schauspielers nicht nur für ihn selbst sondern für die gesamte filmindustrie von bedeutung sei die aussicht auf neue projekte könnte potenziell ein großes publikum anziehen insbesondere von jenen fans die willis frühere werke verehren zusammenfassend lässt sich sagen dass die rückkehr von bruce willis in die filmwelt nicht nur seine persönlichen kämpfe reflektiert und sondern auch hoffnung für viele menschen bietet die mit krankheiten kämpfen es bleibt abzuwarten wie dieser aufregende neustart verlaufen wird und welche neuen projekte uns in der zukunft erwarten eines ist jedoch sicher bruce willis hat mit seiner ankündigung ein starkes zeichen gesetzt und die herzen vieler menschen berührt autor anita farke sonntag 28 juli 24